trollhöhle rein da ist einer drin trollhöhle wo ist sie nicht 156 grad abgezogen oder darf keiner drauf gehen der schlägt der hat ja gerade gesessen wenn ich komme aus na du haust nicht in die ecke in der ich stehe ich bin raus rausgegangen ist richtig so er kommt auch mal kurz raus dass sie mal wieder nach hinten gehen ja ich habe ihn gerade nach hinten ja es kommt war gerade blockiert deswegen ja ich nehme mal ein damit ich mit ihnen gleich reinstecken kann kann ich jetzt hier ach so die pilze sind ein bisschen baggie hier haben wir gut hingekriegt das teile ich raus jetzt hast du es aufgenacht hier sind zwei kisten ok leder rubine holz leder rubin leder leder holz ich nehme mal hier die die knochen und das leder nämlich noch aus das geld bino und sonstiges das können da könnt ihr euch drum prügeln das habe ich ja sowieso bei mir inters leder fetzen habe ich noch holz braucht kein mensch trollkopf lassen wir auch liegen oder da haben wir schon welche da wunderbar erledigt super sage ich mir mal als erledigt nicht dass wir irgendwann denken wir müssen hier noch mal rein ach ja dann fahren wir jetzt zum reparieren bald hat er angriff auf die zweite trollhöhle hinten anstellen ich bin der erste ich kenne ja meine ich kenne ja meine aufgabe hier skeletteile einsammeln essen habe ich schon ich habe aber nicht so viel dabei ok was brauchst du na einfach was ich werden oder wird weiß ich irgendwas ein teil brauche ja bloß ok entschuldigung ja ich schuld mir da hinten ja danke ich nehme wer nimmt feuerpfeile alles was aber hört doch mal auf menschen total hier außerdem ich bin immer noch nass also muss mich hier unterstellen dann habe ich glaube ich unterkunft irgendwo ja ja ich guck mal ja ich sollte auch im bogen auswählen ich habe erst mal los ich habe erst mal luft steine schmeißer und wo dein brandpfeil steckt sehr nett von dir der kam mir gerade an mir vorbeigeset ich so alter was ist denn jetzt hier los jetzt habe ich die trophäe aufgehoben braucht man nicht gold legen wir nachher packen ins boot oder ist irgendwas hier liegt noch bernstein rubin ich habe bernstein perle habe ich wer wollte das geld haben holz leder fetzen nehme ich mal mit weil die brauchen aber jeder und leder fetzen habe ich dabei ich habe ich habe das troll jeder ja aber das holz nehme ich auch mit weil wir müssen ja nachher ebauen steine brauchen wir fürs lagerfeuer oder ja nehmen ja okay wir haben alles ausgeräubert hier okay gut so arbeiten die zeugen jehovas heutzutage zack 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 immer rein da immer ran an die kacke und was ist hier los ok was ist hier los sag ich ja der troll wusste auch nicht wie ihm geschah oder ja aber der erste schuss ist geil gewesen 125 ja da hat getroffen getroffen getroffen